sie hierauf von seinem Stand und seiner Herkunft, von den unterirdischen Staaten, die er beherrschte, führte sie durch die Zimmer und Seele des Schlosses und zeigte ihr alle Pracht und Reichtum desselben. Ein herrlicher Lustgarten umgab das Schloss von drei Seiten, der mit seinen Blumenstücken und Rasenplätzen, auf deren grünlicher Fläche ein kühler Schatten schwamm, dem Fräulein vornehmlich zu behagen schien. Alle Obstbäume trugen purpurrote, mit goldgesprenkelte oder zur Hälfte übergüldete Äpfel. Das Gebüsch war mit Zinkvögeln angefüllt, die ihre hundertstimmigen Sinfonien hervortönten. In den traulichen Bogengängern Lust wandelte das Paar und sah zu Zeiten in den Mond. Sein Blick hing an ihren Lippen und sein Ohr trank gierig die sanften Töne aus ihrem melodischen Munde. Jedes Wort ging ihm glatt ein wie Honigseim. In einem äonenlangen Leben hatte er dergleichen selige Stunden noch nie genossen, als ihm jetzt die erste Liebe gab. Nichtgleiches Wonnegefühl empfand die reizende Emma. Ein gewisser Trübsinn hing über ihrer Stirn und sanfte Schwermut offenbarte allgenugsam, dass geheime Wünsche in ihrem Herzen verborgen lagen, die nicht völlig mit den seinigen übereinstimmten. Er machte gar bald diese Entdeckung und bestrebte sich durch tausend Liebkosungen, diese Wolken zu zerstreuen und die schöne aufzuheitern, wie wohl vergebens. Der Mensch, dachte er bei sich selbst, ist ein geselliges Tier wie die Biene und die Ameise, der schönen sterblichen Geberichts an Unterhaltung. Wem soll sich Madame mitteilen, für wen ihren Putz ordnen, mit wem darüber zurate gehen und was soll ihre Eitelkeit nähern. Flux ging er hinaus ins Feld, zog auf einem Ack.